Ich würde sagen, diesmal machen wir es andersrum und die Abgeordneten haben jetzt die Möglichkeit, sich zu äußern zu der Diskussion und ich möchte nur feststellen, dass das natürlich nicht die letzte Veranstaltung zu diesem Thema ist und dass wir natürlich der ganzen Vorkant der Linie folgen werden und entsprechend auch entweder in diesem Format oder in anderen Formaten nochmal Veranstaltungen auflegen werden.